Einen wunderschönen guten Morgen aus der Altstadt von Schwäbisch Hall. Mein Name ist Matthias Lauchs, ich bin Redakteur beim Deutschen Fachverlag, tätig für den Pack Report. Und heute ist er, der Tag der Tage. Wir steigen aufs Rad. 35 Kilometer durchs Packaging Valley von Schwäbisch Hall über Ilshofen nach Kreilsheim. Freuen Sie sich auf ganz viel spannenden Content. Jetzt geht's los!